Boah Lars, hörst du das draußen? Jetzt hört sich irgendwie ein Sturm. Das ist sehr laut. Nee, es ist sehr laut draußen. Ich hab hier Fenster, Sperr wird offen, ich hab's gehört. Das ist sau laut. Ah nee, das ist mein Rechner. Nee, hier sind drei Kisten, warte. Da sind drei Kisten, dann hatte ich hier. Dann hatte ich einfach da drauf. Da war ich hier nicht, lass gucken. Perfekt. 20. 40. Dead. Einer tot. Ola Mama. Nee, er ist tot, er war nicht viel tot. Ach so. Ja, aber die Möglichkeit werden. Oh, genau welches Haus? Ja, geht gleich hin. Ola Mama. Ich kann mir ja gleich zugucken und ich verpüßt. Bisschen eingeben. Erdwurt. Erdwurt. A beide. Ich gucke rüber. Wie viele sind bei dir? Drei Leute, okay. Ich gucke rüber. Bin glaube ich hier. Aber es ist nicht im Sox leicht. Geist, wie viel von dem Kunden mit dem Kollegen plantiert. Erdwurt. Ich hab seinen Schwanz gesehen. Ja, das war ein Dämon-Skinn, der hat seinen Schwanz gesehen. Nee, der ist gestorben, aber gekillt. Der ist so anstrengend mit dem Finger, du weißt es nicht. Mann. Ich kann nicht mal richtig spielen. Ja, alles gut, in drei Tagen bist du wieder heile. Ich übertreib mich nicht. Alle singen mir. Oh der Boss spawnt, der Boss spawnt, der Boss spawnt. Geh mir einfach zum Trisor, ich muss sie weg. Jetzt kommen wir, wir gehen Trisor. Du kriegst doch wieder diesen Slurp, der dich dauerhaft full macht. Alles gut. 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 Geh sein Gegner? Hier sind Gegner dann. Ja. Dann trinkst du den Slurp, trinkst du den Slurp, trinkst du den Slurp, trinkst du den Slurp. Ja, gut, du holst jetzt, nee, ist egal. Geh rein und hol dir den Heal, du musst den Slurp nicht verbrauchen. Den Slurp trinkst du bitte nur, wenn kein Heal in der Nähe ist und du so 30 AP oder so hast. Dann trink ich einfach den Slurp, dann bist du wieder full life, nach 30 Sekunden. Ja, die debelst du auch, bis zum Ende, weil am Ende werden die wichtiger. So, ich hab den Mate gefunden, von dem Typ, den du gekillt hast. So, der ist tot, war doch nicht der Mate. Warte. Hier war noch jemand. So wie gerade. Ich hab ihn. 100. 30. St nor device. Gut. 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 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. Wollen wir noch zwei? So, cracked, hab noch einen, hab noch einen, sind noch zwei Leute Oh, hab ich zehn 1,20, cracked Und wieviel mit hab ich ihn geholt? Seh ich nicht Hey, ich hab nur hingeschossen Du alter Sack, du Rennchen Viel zu langsam Crick, dead Crick, dead Crack, dead Ja, beide Da ist ja beide gut geräumt Fünfzehn, du hast einen Braucht ja jeder mal, ne Ab zur Insel Kippen, zwei Sekunden, alle sind tot Meiner Crack Bitteschön Hey Einfach zu langsam Oh, schön auf die Insel jetzt gehen Jetzt fliegst du aufs Dach, auf die Insel, aufs Dach Und dann näherst du einen nur noch Wir können ihn nicht bauen Bist du oben? Er ist weggelaufen, okay Cracked Ein, 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 ein auf mir Knopf Knopf Blit Lars, das war grad haarscharf, ne Lars Lars Unter den Snipe geduckt Ja Ja, er slidt auf meinen Kopf Ich zuck mich Das war grad ein Zentimeter vom Headshot weg Jetzt wird er hochkommen 132, Crack Was heißt, was ist Äh, im Haus einer One-Shot Oh, scheppi Wollen wir die Mitte einnehmen? Da kommt die Drumline raus Die Waffe, die ich fast gekillt hab Und da kommen wieder Slaps raus für mich Mann, der hat 1 AP gehabt Weil mich ein anderer snipen muss Komm her Du geh Komm zu mir helfen, du geh Du geh Hallo Komm her Du geh Du geh Versuch Frage 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 Ich geh auf die, die gerade eben weggefunden sind, die sind vor uns zwei, nämlich die sind hier. Die Feind, die kämpfen hier gerade, ein anderes Team. 75. Aufpassen, ne? Unter uns noch nicht. Okay. Ich will 20 haben, ist mir geil. Das sind nur noch zwei Stück. Wenn wir jetzt sterben, so wie gestern, so mit 19 Kills weiter, dann ja. Wir haben noch neun Gegner, ein Solo. Das ist irgendwo in der Zone drin. Noch neun Gegner hast du einen Sinn, äh, win, ne? Ja, das ist der erste Golden Season. Lass mich mal Richtung Sohn gehen. Ja, das ist jetzt auch ein Laufen. Das ist da unten. Wie zwei. Ja, äh, rechts haben wir es auch zwei. Die kämpfen sogar gerade. Ja, die kämpfen deswegen. Da will ich mich eigentlich einmischen. Das sind zwei Free-Kills, die ich machen kann. Hier vorne auf den Eisgletscher drauf. Äh, wenn du gleich zu mir nach oben kommst, komm direkt zu mir, weil ich hab so ne, äh, Box, wo wir drei stehen können. Warte, hier links ist einer. Ich geb die runter. Ich komm wieder hoch. Ich komm wieder hoch. Ich komm 20, 50. Na, warte, ich geh hoch. Ja, okay, die feiten immer noch. Ja, tot. Nicht wenig von mir. Crack. Dead. 55, 75, crack dead. Ein Duo noch. Ja, die sind hier vorne auf dem Berg. Da, wo ich verkehrt hab. Mein roter Finger. Da sind die. Da bleibt einer, nur noch einer, nur noch einer. Einer ist tot. Ah, jetzt hat sie gewollt. Dieser Spider-Man hat eine HP. Hier, hier oben ist der letzte, hier oben ist der letzte. Hier, hinter mir. Komm mal in dir. Der letzte. Schön. Bitteschön. 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 Vielen Dank.